ich weiß es interessiert euch nicht aber ich erzähle es euch trotzdem ich habe mein video setup verändert das ist euch bei einem der letzten videos vielleicht aufgefallen da war so ein komisches zittern immer wieder im bild und es war auch schon vorher bei einigen videos so aber das ist nicht allen aufgefallen deswegen machen wir heute mal eine folge über mein video setup wie es vorher war wie es jetzt ist was ich zusammen mcgivert habe welche kamera ich verwende und warum das wird so ein bisschen bastel bastel folge soll ich mir das jedenfalls jetzt vorgenommen fangen wir mal gleich von vorne an warum waren die videos teilweise verwackelt teilweise unscharf was war die ursache da kommt ja vielleicht selber drauf und das hängt einfach nur damit zusammen dass ich einfach nur ein stativ auf den schreibtisch gestellt habe schauen wir uns das mal an das ist das grund setup da sieht man eben so ein ultra billig stativ wie es da eben auf meinem schreibtisch steht und darüber sieht man auch noch die alte monitor befestigung befestigung die stand da so mehr oder weniger unmotiviert rum also sie hing da eigentlich mehr oder weniger unmotiviert rum ich habe es ja halt einfach mal aus nennen wir es vorsicht andere leute würden faulheit sagen an der wand hängen gelassen das problem ist wenn man da einmal so richtig mordsmäßig auf den schreibtisch haut also ich habe meine zu hauen müssen die leichte vibration die reicht schon locker bei so einem 4k bild aber im 2k bild dass das ganze bild wackelt das ist super scheiße zur schärfe warum sind einige videos nicht so richtig scharf einige super scharf also das liegt an mir ist schon klar die ersten 100 irgendwas sind mit der canon 6d gefilmt da funktioniert eigentlich nur der manuelle fokus einigermaßen man hat auch relativ eine schlechte rückmeldung ich habe die 6d damals an mein altes was ist das nexus 7 tablett gehängt und zwar per usb kabel je nach entfernung die das kabel überbrücken kann sieht man es dann nicht so gescheit ob man scharf gestellt hat ist doof autofokus kannst du vergessen zwischendurch habe ich mal eine sony rx 100 benutzt autofokus kannst du ziemlich vergessen wenn man unterwegs ist passt es einigermaßen und dann habe ich ein bisschen odyssee hinter mir machen wir da mal einen kleinen sprung jetzt verwende ich eine lumix g70 und die hat da ein paar vorteile allerdings habt ihr das bei einem oder zwei videos auch gesehen dass die ab und zu dann ein fokus sucht im autofokus modus und auf dem hintergrund scharf stellt was ja überhaupt nicht so gedacht ist naja wie ich das gelöst habe erfahrt ihr dann gegen ende des videos jetzt erstmal noch zur bastelei damit das ganze auch ein bisschen spannend bleibt das net match spannungsbogen aufbauen mein nächster bastel ansatz war machs schnell gut also machs mehr schnell als gut und zwar das sieht so aus es ist so grässlich wie es aussieht und zwar tiefer schwerpunkt gleiche stativ zwei kabelbinder nötig hat jetzt nichts mit shades of grey zu tun und die eben jetzt verbunden mit der monitor halterung und da hängt die g70 drin das ist nicht ganz ideal weil es hat so ein bisschen es wackelt wie ein kurschwanz sagt der fachmann funktioniert aber wenn man es nicht bewegt nachdem man es gut eingerichtet hat hat aber verbesserungspotenzial jetzt haben wir gedacht jetzt bin ich mal nicht blöd gut das ist jetzt eine annahme die lasse jetzt einfach mal so im raum rumstehen und finde mal eine lösung die für mich passt bei der ich auch nicht zu viel ändern muss also ich wollte jetzt da nicht mordsmäßig hier die wohnung umgraben und deswegen zeige ich euch jetzt mit was ich angefangen habe und zwar als erstes habe ich hier diese ball hat wohl erst wohl hätte eigentlich auf deutsch kugelkopf diesen kugelkopf gekauft den möchte ich jetzt nur mäßig empfehlen der ist glaube ich unter 20 euro ist ein bisschen wackelig und da keiner von den hersteller mir irgendwas zahlt kauft was er wollt also hauptsache billig und der trägt eure kamera der hier hat einen vorteil auf den ich später zu sprechen kommen da das war jetzt die sicherheitsverknüpfung da also diese sicherheitsschraube und jetzt der gag sind diese kleinen ärmchen die man an die super clamps schrauben kann die gibt es von verschiedenen herstellern auch da hat jetzt wieder keiner dafür bezahlt ich habe auch zwei verschiedene gekauft und die sind für mich völlig identisch witzig ist man kann sie einigermaßen frei bewegen und dann muss man hat diese schraube da in dem gelenk zu machen und dann stabilisiert sich das ich versuche das hier gerade an meinem balkongeländer bissel zu zeigen ist natürlich blöd weil es am balkon dann trotzdem wackelt ja und jetzt ist muss man natürlich noch beachten dass die manchmal das falsche schraubgewinde haben das heißt deshalb jetzt ein 3 8 zoll und die der ball hat hatten 4 8 soll da ist jetzt eine kleine adapterschraube die könnt ihr extra kaufen drin und dann verschraubt sich das einigermaßen gut ich werde alle diese produkte die ich verwendet habe mal in meine video beschreibung packen ihr braucht die aber nicht kaufen wenn ihr irgendwas anderes kauft ihr wisst ja ist egal ich krieg trotzdem vier prozent von dem link ja genau jetzt wird das hier stabilisiert es hat das ganze hat einen nachteil den werden wir dann später lösen da kommt ihr vielleicht von selber drauf und zwar wenn wir das jetzt hier zusammen schrauben dann sind das natürlich rechts gewinde wie eigentlich immer in der zivilisierten welt wenn es aber eine kraft mit einem drehmoment nach links wirkt dann hagelt den ganzen scheiß aus dem gewinde raus also es lockert sich halt ihr seht es auch wenn ich das jetzt hierhin schraube an meine alte monitor halterung dann seht ihr das dann genau in einem moment da muss man gut aufpassen jetzt jetzt hat gerade meine flossen im bild das ist ein bisschen suboptimal und jetzt jeder dass sich das leicht dreht und ich drehe es halt fest nach rechts und versuche das ganze jetzt hier einigermaßen auszutarieren dass ich eine relativ gute sichtposition krieg ja das muss alles passen weil es sind ja eigentlich zwei verschraubungen die so positioniert werden müssen dass sie sich nicht lockern und wenn sie sich lockern dass es nicht zu einem fatalen katastrophenfehler führt wie gesagt später werden wir das lösen aber gucken mal das ist hier erstaunlich stabil finde ich jedenfalls für die kleine g70 auf jeden fall für eine große spiegelreflex hätte ich jetzt ab dieser lebe denken dass da damit zu machen gucken wir uns noch mal schnell die schnell wechselplatte an das ist sehr praktisch mit der g70 der zufällig passt die so dass man sowohl die sd karte als auch die speicherkarte noch rauskriegt und das ist haarschaf so haarschaf dass ich dachte boah blät darf der sei aber ab und zu im leben muss echt glück haben wie sieht es jetzt aus wenn die g70 drauf ist ihr seht jetzt klar dass ich da ein bisschen rumnackel weil ich bin es gewohnt dass das zeug satt einschnappt ohne dass man da hinten an diesem verschlusshebel noch rumfummeln muss ist nicht so deswegen bin ich nur mäßig begeistert aber mal aufpasst dann passiert auch nichts passiert auch nichts in dem hinsicht dass es sich lockert jetzt mal das ganze so mit dem netten nebeneffekt dass man es jetzt noch schwenken kann ob das gut oder schlecht ist weiß ich nicht im nachhinein würde ich sagen vielleicht eine andere art befestigung an der wand und wenn es bloß so eine duschwand halterung ist so was in der art wäre vielleicht für mich ganz geschickt weil diese konstruktion mit diesen super clamps hat einen riesen vorteil wenn ihr unterwegs seid das könnt ihr auch mal irgendwo anders schwind hinschrauben die gibt es ja auch in anderen größen und dann seid ihr relativ mobil mit diesem aufbau finde ich an sich dann doch überraschend gut der ball hat ist ungefähr 20 euro und auch jede von diesen stänger lesen mit den super clamps ist in der größenordnung von 20 euro als ist nicht super billig muss man auch dazu sagen aber eine lösung mit dem eigentlich relativ schnell ein ergebnis kriegt und wenn jetzt irgendeiner von euch sagt ich könnte doch ein stativ nehmen und ist da drauf schrauben dann habt ihr das problem nicht verstanden weswegen ich jetzt angefangen hat stativ schreibtisch dumme idee merken merken ja jetzt lösen wir das problem nein das tun wir nicht weil ich wollte euch jetzt noch einen schwenk um meinen versuchsaufbau also ein recording set abzeigen aber eigentlich nur weil ich das grün schön farblich zum blauen hintergrund also des himmels fand was jetzt wie das gelung rum liegt und ich finde auch diese textur des brettes sehr schön das nennt man jetzt cinematic review sind bilder die ganz netz sind die aber kein informationsgehalt haben demnächst machen wir da normaler cinematic unboxing doch hat es dann mein video gar kein informationsgehalt mehr so jetzt schnappen wir uns die schraube nehmen der bremsenreiniger weil ich den schon lange nicht mehr benutzt habe und dasselbe machen mit der super clamp mal beachte den schön unscharfen grünen hintergrund den gibt es gratis dazu wenn ihr das gemacht habt eine weile stehen lassen damit der ganze spaß trocknet und dann besorgt ihr euch loktite red es ist schön wenn es schön richtig klebt da habe ich extra mein makro rausgeholt ich hoffe dass ihr das zu schätzen müsst und dem video wahnsinnig viele daumen nach oben und like kommentare gibt und dann schraubt ihr das ganze k-spalt ja da zusammen zieht es an lasst es eine weile der wärme stehen es gibt von loktite tatsächlich ein datenblatt ab wann ihr das mit wie vielen newton damit die für prozent der maximalkraft belasten könnt lasst es einmal tag liegen und ich habe es jetzt mit dem zweiten mit der zweiten super clamp gemacht und ich da mein led scheinwerfer hängen möchte von dem ihr jetzt zufällig seht wie ich ihn gerade festziehe sehr schön übrigens wie die schraube im vordergrund scharf ist und zum hintergrund langsam unscharf wird dann wird das ganze natürlich ausgerichtet da hängt jetzt mein led scheinwerfer dran das ist einer von diesen kleinen young new die sind ganz witzig da mache ich später mal ein video dazu wenn es euch interessiert vergesst nicht das in die kommentare zu schreiben wenn euch das interessiert ihr macht es ja hier nicht zum spaß geld das ist jetzt mein gesamt setup also das endlose provisorium was wahrscheinlich jetzt nächsten tausend videos halten wird ja es wackelt ein bisschen weil die canon 6d in dem stativ kopf nicht dafür geeignet ist smooth schnitt schwenks zu machen da unten sieht er jetzt noch das mikrofon und rechts kommt der interessante teil das ist ein uraltes nexus 7 tablett und da läuft geschickterweise diese app von panasonic und da sind wir wie schon angedeutet habe haben wir den riesen vorteil gegenüber canon also der canon 6d die ich sonst hatte ihr seht nämlich jetzt hier so in zu jahren so und das objektiv rum so punkte und das ist der teil wo das ding maximal scharf ist also ihr könnt dadurch da manuell jetzt hier in der ab manuell die schärfe einstellen jetzt kind sie alle weggegangen und jetzt fokussiere ich wieder zurück und dann seht ihr jetzt da von links nach rechts diese zahlen linien reinwandern das ist super also focus peaking nennt man das um zu gucken ob man schön im fokus ist und das ist jetzt eine der kameras die ich gefunden habe die das am besten kann sie macht es natürlich jetzt wie man hier sieht auch auf dem monitor aber in einem gewissen abstand sieht man das einfach dem merkscheid also eine recht finde ich ein recht gutes setup in der summe jetzt natürlich das aller billigste sonst noch ein vorteil von der g70 sie ist gegenüber der gh4 also gh4 von panasonic nicht ganz so teuer sie kann 4k was kann sie sonst dass hier die nachter man kann sie nicht per usb laden das finde ich ein bisschen das display ist schön nach der seite also nach rechts was symbolisiere ich eigentlich also zur seite ausklappbar nicht über sony die depperweise immer ihre displays nach unten ausklappbar machen sony stativ und in kamera und in stativ was tue ich hier ganz schlechte die von sony touchscreen der einigermaßen funktioniert auch gegenüber der sony sehr schön sie hat relativ viel einstellknöpfe ich wollte jetzt kein kamera review machen durch kurz erklären warum ich zu diesem setup gekommen bin und ich hoffe wir sind jetzt alle erst mal damit zufrieden externes mikrofon klar weil der in kamera ton ist zwar erträglich aber sorry wir machen hier keine beauty youtube videos wir machen hier gescheite videos und ich denke ich möchte von video zu video qualitativ sowohl technisch als auch inhaltlich etwas besser werden schreibt dazu mal was in die kommentare ist euch das aufgefallen findet ihr das wichtig findet ihr man soll noch mehr von diesem cinematic reviews spaß machen wo ich mich manchmal ganz ehrlich frage auch wenn ich den kollegen nahe treten möchte wie viel zeit verwendet ihr darauf wirklich content zu liefern wie viel zeit hängt ihr mit der kamera so rum um irgendwelche cinematischen aufnahmen zu machen geht es nicht manchmal bis auf kosten des contents das war jetzt böse zum mikrofon geschwind weil das ist ja so viel arbeit wenn ich da eine extra ton spur habe ich starte am rechner audacity und noch einmal ich mache es jetzt nicht weil sonst haut euch jetzt hier strommelfell welt klatscht zwei mal in die hände und dann sind die ton spuren von der kamera mit der von audacity die ganze von hand synchronisieren man kann sie automatisch machen aber wer es nicht schafft eine ton spur von hand mit einer zweiten zu synchronisieren sollte vielleicht ist mit dem video schneiden erst einmal sein lassen ich glaube für heute war es jetzt erst einmal genug oder wenn euch das gefallen hat wäre es schön wenn ihr irgendwelche positiven kommentare hinterlassen würde wenn etwas zu kritisieren hat kein problem gerne die kommentare ich lese gerne konstruktive kritiken ich krieg auch manchmal verschiedene andere kritiken die ich dann auch gerne lese als er versüßt mit den tag mit diesen kritiken und in der video beschreibung habe ich was habe ich da genau diesen ganzen spaß den ich verbaut habe wie gesagt von denen hat mir keiner an muster zur verfügung gestellt deswegen kauft was ihr wollt wenn ihr tipps habt welcher kugelkopf besser ist oder ob irgendwelche von diesen anderen bauteilen aber da besser habt schreibt es in die kommentare ich aktualisiert es dann wenn ihr über diese amazon affiliate links einkauf das ist jetzt quasi werbung dann gehen etwa vier prozent an mich auch wenn er nach dem klicken auf den auf dem link auf irgendetwas anderes kriegt scheißegal es funktioniert trotzdem damit könnt ihr dann sicherstellen dass ich ab und zu sachen kaufen kann die ich kaputt machen kann und mich das nicht arm macht wie nämlich im nachfolgenden video dann wenn es fertig ist der große led test wenn der led test fertig ist wird dir hier oben als video erscheinen hier unten erscheint ein video von dem youtube glaubt dass es für euch wichtig ist abonnieren liken kommentare schreiben das sagen doch andere auch immer das ist das war euer call to action ich zähle auf euch servus